Ja willkommen zum neuen Kanal Infovideos. Einige werden es mitbekommen haben, dass die das Video am Sonntag sehen, dass in der Videobeschreibung steht, dass aus zeitlichen Gründen pro Tag nur noch eine Folge kommt und zwar ja ich schaffe es einfach nicht das alles vorzubereiten, weil wie gesagt das reale Leben geht vor, das ist alles bloß Hobby. Ich habe auch gut zu tun, was nicht schlecht ist, auf der Baustelle und so weiter und so fort. Das soll es ja auch sein, deswegen muss das Projekt leider etwas zurückweichen, aber das ist auch kein Ding, weil ihr werdet, wie gesagt, ja pro Tag eine Folge bekommen. Und zwar wird sich das so regeln, dass immer abwechselnd eine Folge Empyreion, dann wieder eine Folge Atlas kommt, dann wieder eine Folge Empyreion. So, ich werde das versuchen natürlich so weit wie möglich für die nächsten 2-3 Wochen vorzubereiten und wie lange das gehen wird, kann ich euch leider nicht sagen, aber ja es ist besser, es würde gar kein Video kommen. Aber die Vorproduktionzeit ist einfach zu hoch, weil auch viel schief gelaufen war mit den Tonproblemen und so weiter und so fort. Ja und das dann eben bloß eine Folge aufnehmen, reinstellen, die muss ja noch nachbearbeitet werden und so weiter und so fort. Da geht schon einiges an Zeit ins Land, ja es ist immer nicht ganz einfach, vor allem wenn ÖBS nicht so will wie es soll. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit den weiteren Folgen. Tschüssi!